Unsere Magnum sind ideale Teilzelte für die Reise. Es gibt sie in zwei Größen in der Breite 3,40 m und in der Breite 4 m. Die Tiefe ist immer die gleiche 2,50 m. Die Vorder- und Seitenwände werden aus Isacryl gefertigt, einem atmungsaktiven Gewebe, wo Luft durchzirkulieren kann und sie somit ein sehr angenehmes Klima in dem Zelt haben. Aber sie können natürlich bei diesem Zelt alles herausnehmen. Sie können die Seitenwände herausnehmen und auch die Vorderwand herausnehmen oder auch einfach nur zu so einer Veranda abklappen. Die Silberstruktur in diesem hellgrauen Gewebe wirkt ganz besonders edel. Mit jedem Magnum kommt serienmäßig das Carbonix-Gestänge. Carbonix-Gestänge ist unser Leichtgestänge, speziell für die Reisecamper und somit macht es natürlich Sinn, dass wir dieses Zelt damit ausstatten. Dieses Carbonix-Gestänge lässt sich besonders leicht aufbauen und ist schon komplett vormontiert. Das heißt, Sie müssen nicht groß irgendwelche Stangen sortieren und somit geht der Aufbau natürlich ganz schnell vonstatten. Auch die Abdichtung zum Wohnwagen ist natürlich extrem wichtig. Hier haben wir ein extra breites Polster, was in der Mitte abgenäht ist. Davor wird eine gebogene Stützstange gestellt und diese wird mit diesen Kunststoffprofilen fest mit diesem Polster verbunden. Und somit haben Sie wirklich eine sehr gute Abdichtung rechts und links an den Seitenwänden. Das schöne bei diesem Magnum ist auch, ich kann es weiter ausstatten. Dadurch, dass ich die Seitenwände herausnehmen kann, kann ich hier zum Beispiel noch mal einen zusätzlichen Anbau ansetzen. Für eine Schlafkabine oder als zusätzlichen Stauraum, je nachdem was ich gerade brauche. Der Anbau hat auch von außen eine Tür, so dass ich zum Beispiel auch die Fahrräder da unterbringen kann. Und natürlich gibt es jede Menge Zubehör für dieses Zelt. Sie können ein Frontsonendach vorne vorbekommen. Sie können natürlich passenden Teppich, passende Möbel, alles bekommen, was das Herz begehrt. Sie können dieses Zelt wirklich perfekt ausstatten.